Zu den Bühnen, zu den Burgen dieser Welt. Baustellen des Lebens. Perspektiven des Lebens. Vielen Dank fürs Warten. Schauen wir mal, was die Top-Leute so sagen. Top-Manager am Abend ticken anders. Vorstände ticken anders. Auch Herr Dr. Josef Ackermann tickt am Abend anders. Trotz Leistung aus Leidenschaft. Herr Dr. Jürgen Rüttgers ebenso. Na dann, schalten wir mal kurz ab. Es ist ja privat. Oder auch nicht. Wer weiß. Im Dickicht der Kontakt der Natur pur. Garakom.tv